In Ihrer Kiste finden Sie drei Bälle. Eins, zwei, drei. Und Sie fragen sich zu Recht, hm, was hat es damit auf sich? Nun, unsere Thematik heißt ja A-, B- und C-Mitarbeiter. Und so wie Sie diese Bälle nicht voneinander unterscheiden können, so können Sie den A-, B- und C-Mitarbeiter auch nicht unterscheiden. Aber in der Leistung sind Sie natürlich ganz, ganz grundsätzlich verschieden. Der A-Mitarbeiter, Power ohne Ende, marschiert ohne Ende. Der B-Mitarbeiter und der C, der Unterschied ist deutlich.